Die italienische Polizei hat eine groß angelegte Razzia gegen den Handel mit falschen Impfbescheinigungen samt QR-Code gestartet. Im Rahmen einer Fake Pass genannten Untersuchung, die von den Staatsanwaltschaften von Rom, Mailand und Bari geführt worden sind, wurden die Wohnungen von 32 Administratoren von Telegram-Kanälen durchsucht, die falsche grüne Pässe anboten. Telegram-Nutzer, die sich eine Impfbescheinigung beschaffen wollten, mussten Informationen wie Wohnsitz, Geburtsdatum und andere persönliche Daten angeben, um den grünen Pass zu erhalten. Die Behörden versuchen jetzt, die Identität jener Personen herauszufinden, die die falschen Impfzertifikate erworben haben. Seit Freitag ist in Italien unter anderem für Restaurantbesuche im Innenbereich, in Museen, Fitnessstudios und Schwimmbädern ein Nachweis an 48 Stunden gültiger negativer Corona-Test oder ein Genesungsnachweis notwendig. Ab 1. September werden nur Passagiere mit grünen Pass auf Fernstreckenzügen zugelassen. Ab Anfang September müssen Universitätsprofessoren und Universitätsstudenten sowie Schullehrer den grünen Pass vorweisen.